Willkommen zu Monis magischen Adventszeit und zum Türchen Nummer 5. Wir sind in Walt Disney Studios beim Plastiremi, wie man unschwer erkennen kann und ich stehe vor dem wunderschönen Brunnen und ich möchte euch hier das Secret erzählen. Ihr seht die kleinen Ratten. Ich zeige euch auch gleich noch mal eine Schnellaufnahme. Wenn man sich einmal schnell um den Brunnen bewegt, bewegen sich die Ratten wie ein Daumenkino. Also wenn ihr das nächste Mal hier am Plastiremi seid, schaut euch den Brunnen genauer an, wie die Ratten sich um den Brunnen bewegen. Oder die Ratte. Es ist ja nur Remi. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020